Der IT-Arbeitsplatz, bestehend aus mehreren Geräten wie dem Computer, dem Monitor, dem Handy, dem Drucker und noch einigen weiteren, ist für jeden Mitarbeiter eines IT-Unternehmens ein absolutes Muss. Was aber, wenn der Mitarbeiter eine Pause macht oder zu einem Meeting geht, dann werden die Geräte meist angelassen oder nach Betriebsschluss die Steckerleisten nicht ausgeschaltet. Man könnte von Zeit zu Zeit Schulungen durchführen, um die Mitarbeiter über Energieeffizienz aufzuklären. Doch diese kosten wertvolle Arbeitszeit und hart erarbeitetes Geld. Und oft bringt es letztendlich doch nichts. Wieso könnte man also nicht, wenn der Mitarbeiter in die Pause geht, sich die Geräte automatisch abschalten lassen? Das ist möglich mit Hilfe von kabellosen Verbindungen. Werden keine Signale mehr von den entsprechenden Geräten empfangen, schalten sie sich ab oder gehen in den Send-by-Modus. Hier ein Beispiel. Die rote Linie symbolisiert die Grenze, ab der das Signal von der Steckdose an den Monitoren nicht mehr stark genug ist. Geht der Mitarbeiter nun aus dem Raum, schalten sich die Monitore und das Licht automatisch aus. Der Mitarbeiter muss sich keine Gedanken mehr darum machen, ob er vergessen hat, die Monitore für seine Pause auszuschalten. Hier sieht man ein Diagramm mit Stromverbrauchsdaten von einem unserer Kunden, die dank unserer fortschrittlichen IoT-basierten Technik stark an Strom sparen konnten. Und das können Sie auch. Die Einrichtung der Geräte und die Einweisung der Mitarbeiter sind super einfach. Und die hohen Stromrechnungen gehören endlich der Vergangenheit an. Machen Sie Ihr Unternehmen effizienter und verringern Sie den Kostenaufwand. Wir installieren das System für Sie, weisen Sie und Ihre Mitarbeiter ein und schon reduzieren Sie Ihre Stromkosten merklich und Ihre Mitarbeiter können sich wieder auf die Arbeit konzentrieren. Für nur 699 Euro statten wir Ihr Unternehmen komplett aus mit intelligenten Lampen, Steckdosen für Computer und Bildschirme, einem Heizsystem und der einfach zu bedienenden Verwaltungssoftware. Machen Sie sich keine Sorgen mehr um zu hohe Stromkosten. Machen Sie sich keine Sorgenты past. Machen Sie sich eine drensity